Ja, hallo. Hier Dieter Stark von Stark Fitness mit Midwalder. Ich bin der Mike. Alex. Ja, ich bin jetzt quasi der Neul hier. Da waren diese ganzen Klumpen drin und ich hab die dann irgendwie versucht, irgendwie runterzudrücken. Und dann ging aber nicht mehr und dann irgendwie kam alles wieder hoch. Midwalder ist ja auch nicht so schlimm. Ich werde nur roh! Geil! Und was soll ich sagen? Es läuft! Es hat schon wieder ein Mädchen gekündigt. Mach mal kurz. Sie wissen, warum ich hier war? Sie wollten ein Probetraining abschließen, ne? Die Lage ist ernst. Sie haben zwei unserem Anschreiben. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Ordnung? Bleibt ihr besoffen, oder was? Da fliegen wir um die Fetzen. Wir sind Idioten hier! Und abgesehen davon, wie hat es dir so gefallen heute? War gut. Ja? Ja. Prost! Dr. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017